Schauen Sie sich diesen Fiat einmal aus der Nähe an. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. In diesem Fiat verfügen Sie über eine Klimaautomatik, einen Bordcomputer und Servolenkung. Möchten Sie diesen Sommer auch mit offenem Verdeck fahren? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt mit diesem Auto. Untertitelung des ZDF für funk, 2017